Ich habe eine neue Sensor-Granate. Ich wohne da oben wo du siehst. Wir kaufen dir die Dinge. Wenn top ist, kannst du kaufen. Du musst sterben rücken. Nein, das ist schon gut. Ist okay. Okay. Wir wollen mehr Weisse Heisse machen. Das ist Weisse Heisse. Und immer schneller. Wir spielen wieder Blood-Inquad. Easy. Sehr gut. Also wieder aus Sicht von mir, aber das mal als Hei. Free-Freestyler! Waka waka. Waka waka bo! Ja, du hast eine verschiedene Tausend-Grasse. Anni, welcher du nimmst? Kannst du die jetzt mal auswählen? Aha. Ja, kann man die Haifisch immer auswählen. Schau, jetzt ist einer drin oder? Nein, kannst du nur einen aussuchen. Nur einen? Kestrin D. Sullivan. Ist der Unterschied zwischen Kampferbrot und Nid? Keine Ahnung. Von was redest du? Ah, Methanol! Warte mal. Verschiedene Sachen. Das Zeug habe ich noch gar nicht. Gsehe ich, wie viele Punkte ich habe? Also ich nehme Alejandro. Mach mal ready. Entschuldigung, ich bin noch etwas im Maustesten. Anfangs kannst du dir nur eine Pistole kaufen, dann hast du kein Boost. Ja, ich habe noch ein Sensor rein gekauft. Ah ja, ich habe noch ein Ding, sonst könntest du noch. Okay, ready to die. What's going on? Holy Ghost. Wir haben das Tiefsafe. Ja, das ist doch ein Tiefsafe. Das, was ihr vorher hätte kaputt machen müssen. Nein, man muss es eben nicht kaputt machen. Du musst wirklich einfach rund durch. Steve kannst du nur einmal anhitten. Und nachher... Du musst wieder anhitten. Nein, nachher chillt er es einfach ein wenig. Also läuft er nicht weiter. Aha, du musst ihn einfach... Genau, wir müssen ja 30 Leute umbringen. Ja, ja. Aha, das ist eben noch das Ding. Alter, die... ...steuerung, ey. Ja, die Maus hätte jetzt noch ein bisschen schneller müssen, ey. Ja, die Maus hätte jetzt noch ein bisschen schneller müssen, ey. Ja, die Map ist wuren komisch. Hier ist einer. Wow! Erwischt! No, ich kann es auch mal machen. Ja, mir fällt noch ein Pistole. Schönen Sie, Dani. Easy, gehen wir wieder. Warte, kannst du die Fische fressen? Nein, Fische nicht so wirklich. Du siehst schon, was du kannst fressen. Es wird angezeigt. Ja. Hm, aber ich sehe gerade nichts. Alter, ey. Also wir haben ja auch nur maximal 30 Leute, wenn ich das richtig verstehe. Ah, schon? Oh, gehört etwas. Ja. 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 Blumine. Da hinten habe ich etwas gesehen, aber ich weiss nicht, ob das... Scheiss, ich habe keine Fresse. Oh, das geht abhinkt. Du kannst nur so Rufen fressen. Ja, ja. Boah, das lebt wirklich bei mir, ey. Erst sind wir jetzt eigentlich bei jemandem auf dem Server. Warte mal. Ja, wir sind auf meinem Server. Ping. Oh ja, gut, wir haben einen 150er-Ping im Fall. Holy shit. Scheiss, ich kann mir das nicht lokal hosten. Oder so. Wer legt auch Ohren. Ja, eben. 16 Frames habe ich. Ja, die Frames sind gut, aber... Nein, bei mir überhaupt nicht. Ich finde einfach keine Viecher, ey. Sie sind da erst. Du musst zuerst rausschwimmen, Dani. Aha. Wir müssen einfach nachschauen, dass sie es nicht abhauen wollen. Oh, jetzt kommt meine Musik. Du musst schneller hören wichsen. Ich habe mein Fahrt zu besagt. Dani? Hm? Komm da hinten. Ah, ja. Die Leute sollten ihr Goal wirklich nicht so auf dem Meeresgrund herum liegen lassen. Weiter so, Jungs. Schäffeln wir Kohle. Ah, unter uns, unter uns, unter uns, unter uns. Nein, er ist halt am Gott. Ah, ok. Gehen wir ihm hinten nachher. Was ist da oben? Alter, wie das laggt. Ja, jetzt habe ich vergessen zu schauen. Oh, da ist er ja! Ja, da ist einer. Da geht weiter. Da ist einer! Oh! Ah, ihr seid da? Scheisse, jetzt habe ich gar nicht geschaut. Ja. Ja. Die erste Mal gestorben. Good job. Ah, für neue Sensorgranaten. I wanna know, wo die sind. Wir kaufen dir die Zeuge. Äh, wenn top ist, kannst du kaufen. Top ist, kannst du, genau. Ja. Ja, musst du sterben rücken, hm? Nein, ist schon gut. Ist ok. Ich habe mir gesehen, die Uhren spät. Vorher habe ich mich viel schneller gesehen. Nein. Hier unten. Er spürst du dir. Nein, ich will das Gold wegbringen. Wie das verlierst, wenn du dir stürmst. Ah, der Boot habe ich verloren. Oh, das fand ich von einem Fisch erschlock. Ja, ich bin auch ein Fisch. Ja, so ein scheiss Fischchen da. Ja, ja. Come on, Boot. Mach den Scheiss auf, ey. Oh, ich höre einen. Ja. Ah. Ah, ich werde fressen. Nein, der Neste hat ihn gekillt. Ah, danke, Mann. Aber ich bin jetzt gefickt, ey. Ich bin auch sehr low. Ich bin schon auch ins Mund genommen worden vom... Mein Gold. Dann, dann. Dann, dann. Oh, ich bin schon bis Gold weggebrochen. Er hat mich, er hat mich. Nein, nein, er hat niemand. Da ist nur mal einer so. Das ist ein ecklicher Ort, ey. Er kommt, er kommt, er kommt. Er hat mich, er hat mich, er hat mich. Ja, wo bist du noch? Dings. Ah, shit. Hey, die haben jetzt scheiss die Türe übernommen, ey. Das ist ja nervig. So, jetzt habe ich nicht gehört. Wow, was ist das für eine Waffe, ey? Ja, wahrscheinlich ein Netz oder so. Sie sehen ja recht schräg aus. Ja. Sieht fast danach aus. Oh, das ist tief in die Unterrichtung. Ein Netz, ich glaube sie kommt von hinten. Ja. 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 In der Tiefe wird. Was? Oh nein, wir keder, wir keder, wir keder. Lebe ich nicht mehr, ich lebe nicht mehr. Gott. Ich check gar nicht mehr, hey. Es geht viel zu schnell. Ich check gar nicht mehr, was ich nehme, was ich mache. Nein, sobald ich allein in den Zehnten, also bis so, weiss ich gar nicht mehr, lebe ich jetzt noch. Du musst voll schwingen deine Maus. Ja, ja. Voll Gas. Voll rum. Ah, nice. Jetzt hat er ein bisschen scheisse. Ah, ich bin ja gefressen. Er ist, er ist unten, er ist unten. Alter, wegen ich mich voll verwischt. Ja, ich habe gewartet, er ist schön oben geschaut. Wo sind die? Hier ist also Bunchelmann. Ah shit, verrutscht. Ah, das war das Boot. Fuck. Das war das Boot. Das war das Boot. Irgendwie sieht es aus, als wäre das immer die eine in der Oberfläche gewesen. Aha, ja, das ist so wie eine Mine, die uns irgendwie eingebrochen ist zu Wasser. Oh, da ist... Er ist weg. Puh! Da ist einer. Ah, jetzt habe ich zu langsam. Zu langsam gewesen. Wer kamen die denn? Wer kamen die weg? Ja, stellen doch Sensormine auf. Ich habe eine Mine gesetzt. Danke für die Info. Ich habe das Herz, ich habe das Herz, ich habe das Herz. Ja, rechts. Come on, Steve! Oben, oben! Nein, vielleicht... Fuck. Vielleicht, wenn der erste Angriff nicht sitzt, dann hast du verloren. Ja, dann musst du versuchen wegzukommen. Ah, das ist nett, ja. Okay, Steve geht weiter. Hinter uns. Ah, ich sehe, wie ich von einer Sonarbeue verwirre. Wo ist einer? Nein. Hanna, Hanna, Hanna. Sorry, Vega. Du hast gerade nochmal einen durchgeschwungen. You haven't seen nothing. Haha, genau. Wo ist eine Pigouin, ey? Nein. Ich glaube, du kannst mich jetzt nicht zuhören. Ah, nicht schon wieder, Vega. Ey, immer der Nesti, what the fuck. Aber da, wo wir jetzt sind, das ist recht nice für uns, einfach. Oh Gott. Ah, ich habe nochmal gefressen. Nein, jetzt nicht dabei. Weißt du, gut gewesen. Weil da sind wir in einem huren engen Gang, da kannst du den einen mitnehmen zuerst. Äh, wo ist Steve? Steve ist aber. Ah, Scheisse. Oh, er redet mich, er redet mich. Ich war unten. Hm. Nicht so magisch ein Schild um uns aufgestillt, dass wir nicht gerade gefickt werden. Ah, was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Das geht gar nicht. Okay. Ah, jetzt ist es zu tief in einer anderen Art. Die sind oben dran. Ja. Okay, dann fass ich, haben wir von unten. Ja, was soll ich machen? Unter uns, unter uns, unter uns, unter uns. Ich gehe nicht wirklich hoch. Ach, da war gerade einer. Ja. Ah, nein. Oh, der ist da. Oh, der ist da. Oh, shit. Oh, shit. Nein. Fuck. So lohne alles. Also, Gideon, wir müssen voll Gas haben. Ich glaube, ich nehme mir jetzt das... Er kommt. Oh, er ist tief zerstört. War ein Mungo. Fast. Jetzt Hangry-Dings ist nicht schlecht. Was, dass du so ein handliches Dings hast? Ja, am Anfang. Nein. Fuck. Bo, 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 bo. Fuck. Scheisse. Weisst, ich schiess er. Er ist nochmal dort. Er hat mich jetzt gebrocht. Alter, ich kann nichts killen. Er sterbt, er fühlt schnell. Ja, das ist er. Nein. Äh, ich weiss gar nicht mehr welchen. Du hast gestern Makro, der ist Nelly, aber er hat fast kein Leben. Nein, ich komme dort. Bring sie zurück zum Käfig, damit ihr euch auch Teile erhaltet. Ja, zur Unterfertigung. Quasi. Oh. 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 Oh shit. Er ist fast gestorben. Was ist das für den Teile hin? Ich bin echt boos. Wir sind nicht mehr so weit. Das ist echt scheisse. Ich stehe mal. Nein. Du willst. Nein. Drei Minuten. Fuck. Jetzt bist du einfach so low. Oh. Er hat schon in vorne gewechselt. Aber ich wusste nicht, ob es dir reicht. Das ist einfach so ein Hei rumschwimmen. Das macht ihnen schon... Also nur so, was du vorhin gesagt hast, Rock. Als Hei einfach rumschwimmen. Macht ihnen wirklich recht Spass. Ja. Was ist das hier? Ja, krass. Das ist das Teil, das sie auf mich dringend hat. Ah, das ist... Ich sehe eben den Dings nicht. Wie ist der Roboter? Er ist noch nicht da. Ich sehe gar nichts. Ich sehe euren Zielpunkt, also dort, wo ihr hier hin möchtet. Die Neustart. Hä? Sind sie da? Oh, der war gut, Ernesti. Long Range, Mann. Nein, er hat mich, er hat mich, er hat mich. Ich muss die Schätze holen. Nice, habe ich es doch überlebt. Ich bin aber so gut wie tot, ey. Ich komme zu euch. Nein, da fliegt er gar nicht gerade herunter. Oh, woher kommt er jetzt? Nein, er ist mir. Ah. Ist jetzt noch mal einer durchgeschwungen? Oder nicht? Kann man da noch wegnehmen. Kann man von oben? Ich weiss nicht, wer der Fisch wer ist. Ich habe keine Ahnung. Wow! Was ist jetzt da? Alter, ey. Du musst den Tief geben, es ist nicht mehr weit. Ahhhh. Ich zeig es nicht, ich brauche den Tief nicht mehr. Du musst einfach drüben schwimmen. Du musst voll auf ihn drüben schwimmen, ja. Ah, das ist falsch, falsch, falsch. Das ist tief, wer sieht es? Falsch. Tief, geh! Ich gehe nicht auf sie. Ah, jetzt ist er kaputtgelebt. Ah, shit. Jetzt habe ich ihn hochgeschoben. Nein, nein, nein. Nooo. Er beiztet sich noch niemals. Du musst es lassen wissen. Nein, ich kann auch. Ich kann auch. 11 und 1. Ah, lustig. Aber du siehst, obwohl wir nur noch drauf gegangen sind, sind wir nicht mehr. Ja, ja. Ja, irgendwann haben wir einfach das Problem gehabt. Also gegen Schluss war es so wahreschwierig. Ihr werdet einfach immer stärker. Das ist das Problem. Das ist ein Biss auf mich. Ja, nein. Also wenn einfach eine Ausrüstung wäre, wird er immer stärker. Ja. Wir können auch wirklich hochleveln, wenn wir das gescheit machen. Ja, ja. Ja, mir schon, aber irgendwie... all zu viele Effekte. Können wir nochmal so vier Tiefs machen? Tiefs und Tiefs machen. Was? Lassen wir nicht die CSR-Runde machen. Was? Lassen wir nicht die CSR-Runde machen. Hast du verleitet. Das ist geil. Ich will jetzt auch mal Schark sehen. Ja, also lassen wir den Esti noch mal Schark machen. Weil der sind alle mal gewesen. Easy, easy. Lassen wir den Esti noch mal Schark machen.